Hallo zusammen, mein Name ist Dino Oberle und ich bin Fachtrainer bei Bosch und bei mir ist Norbert Knapp vom Marketing Home & Garden. Ein großes Willkommen auch von meiner Seite. Dino, 18 Volt Kompetenz seit 1969. Das zeichnet uns aus. Wir sehen hier ein weiteres Schmuckstück aus der 18 Volt Serie aus dem Bosch Home & Garden Akkusystem, die Universal Pump 18V. 18V, was kann das Gerät, Dino? Ja, also das Schöne hier bei dieser Pumpe ist, man sieht, sie ist schön kompakt und klein und leicht, aber bringt trotzdem einen Druck von bis zu 10,3 Bar und in Verbindung mit dem langen Schlauch, ich wickel den hier mal ab von 67 Zentimetern, kann man das Ganze auch sehr bequem und rückenschonend auf den Boden stellen, um damit zum Beispiel Autoreifen aufzupumpen und hat hier vorne in diesem Fach auch alle Adapter, die man benötigt, für die verschiedenen Dinge, die man aufpumpen kann, schon integriert. Und es passt natürlich in unser Power for All Alliance System, das heißt, alle 18 Volt Akkus, die wir anbieten, passen in das Gerät rein. Ja, Dino, das hört sich nach einem sehr vielseitigen Gerät an. Lass uns mal ein bisschen in die Funktionalitäten springen. Ich meine, letztlich, es kann relativ viel. Erzähl mal, was genau. Geh mal in die Anwendung, von welchem Druck sprechen wir zum Beispiel? Ja, also zum einen vielleicht nochmal der Schlauch, habe ja gesagt, wir haben hier 67 Zentimeter, dadurch kann man es schön bequem auf den Boden stellen, aber danach auch hier über diese Aufwicklung den Schlauch auch bequem und schön unterbringen am Gerät. Der Druck ist bis zu 10,3 Bar und den kann man auch sehr einfach und leicht ablesen mit diesem Manometer. Das heißt, hier ist einmal die Bar-Anzeige, aber auch eine Psi-Anzeige mitzusehen, denn ja, wir haben in manchen Ländern eben eher das Psi, bei uns ist eher das Bar bekannt. Somit kann man beide Drücke direkt ablesen und man kann das schön auf den Boden stellen und hat das Display, was dann auch beleuchtet ist, wenn man es einschaltet, auch direkt im Blick. Ich habe jetzt hier erst spät einen kleinen Volumen-Adapter. Sprechen wir da von Hochvolumen? Sprechen wir von Luftmatratzen, von Autoreifen? Was sprechen wir? Was pumpe ich da auf? Also das ist ja eine Druckluftpumpe. Da müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen Luftvolumenpumpen und zwischen Druckluftpumpen. Hier haben wir eine Druckluftpumpe. Das heißt, die erzeugt einen sehr hohen Druck, aber ein geringes Luftvolumen. Also das heißt mal so einen kleinen Schwimmflügel oder so ein Wasserball aufpumpen, das kann man machen. Deswegen ist auch dieser Volumen-Adapter mit dabei. Aber wenn man jetzt wirklich größeres Volumen braucht, wie jetzt bei einer Luftmatratze oder vielleicht sogar ein Schlauchboot, da braucht man dann eine sogenannte Luftvolumenpumpe. Die hat aber wieder den Nachteil, sie erzeugt einen sehr geringen Druck. Das heißt, damit könnte ich jetzt keine Fahrrad- oder Autoreifen aufpumpen. Wir haben ja schon erwähnt, dass der Vorteil von dieser Pumpe ist, dass sie bis zu 10,3 Bar pumpt. Das heißt also nicht nur normale Autoreifen, wie man es kennt. Da reicht ein Druck ja unter 5 Bar zum Beispiel aus. Aber sehr viele haben auch einen Wohnmobil, einen Transporter. Und die Reifen brauchen Drücke meist über 5 Bar. Also 5,5 Bar ist so meistens der Druck. Und hier mit 10,3 Bar kann ich auch diesen hohen Druck erzeugen. Und das ist der Vorteil. Wie gesagt, hier unterscheiden die Luftvolumenpumpe und die Druckluftpumpe. Wir haben hier eine Druckluftpumpe mit einem sehr, sehr hohen Luftdruck. Dino, dann lass uns doch mal in die Anwendung gehen. Ja, genau. Können wir hier gleich mal bei dem Autoreifen zeigen. Das heißt, da passt direkt dieser Schlauch drauf. Wir wickeln das hier einfach ab. Passt natürlich alle unsere Akkus, wie wir schon gesagt haben. Ich habe hier unseren Standardakku mit 2,5 Ampere drin. Drehe jetzt hier einfach die Düse drauf. Man hört so ein ganz kurzes Zischen. Dann kriegt man auch mit, okay, jetzt wird hier in das Ventil gedrückt. Und wenn ich jetzt hier drauf schaue, kann ich den aktuellen Druck ablesen. Ich habe hier auch eine Verriegelung an dem Gerät, dass es nicht aus Versehen eingeschaltet wird. Das heißt, ich drücke jetzt hier erst diese Entriegelung. Und jetzt kann ich dann direkt den Druck drauf geben. Das geht dann auch sehr schnell. Wenn ich die Pumpe umdrehe, kann man auch vorne sehen. Hat auch ein LED-Licht. Also gerade wenn ich vielleicht in der Garage bin oder schlechte Lichtverhältnisse habe oder vielleicht mal abends oder es ist schon dunkel, kann ich hier direkt auch das Ventil beleuchten und sehen. Höre jetzt dann einfach auf zu pumpen, wenn der Druck erreicht ist und drehe das Ventil wieder runter. Gibt es da ungefähr einen Richtwert? Wie viele Reifen pumpe ich auf mit einem Akku beispielsweise? Mit welcher Barzahl beispielsweise? Gibt es da eine Kanzel? Ja, also meistens pumpt man ja nur ein bisschen nach. Also man pumpt ja den kompletten Reifen auf. Ich sage mal, wenn man so ein halbes Bar zugibt, meistens ist es gar nicht so viel. Da kann man locker bis zu 24 Reifen mit einer Akkuladung, also mit dem Standard 2,5 Ampere Akku zum Beispiel aufpumpen. Oder hier sieht man so einen Ball bis zu 55 Bälle. Also da reicht eine Akkuladung vollkommen aus, um verschiedene Pumpvarianten auszuprobieren. Jetzt können wir mal den Fahrradreifen hier pumpen. Dazu kann ich hier vorne in diesem Zubehörfach zum Beispiel auch ein spezielles Ventil rausnehmen. Es gibt ja verschiedene Fahrradventile. Also bei manchen passt direkt das Ventil, was man auch bei den Autoreifen hat. Oder dann gibt es hier diese Ventile. Ja, so im Volksmund nennt man die so ein bisschen auch französische Ventile oder Peugeot-Ventile, die ein bisschen kleiner sind. Hier ein kleiner Tipp von mir. Hier würde ich zuerst den Adapter aufdrehen. Und dann die Pumpe damit verbinden. Das ist jetzt klassisch wie beim Rennrad beispielsweise. Genau. Und kann dann hier auch direkt wieder über das Manometer dann den Druck ablesen. Und dann entsprechend den Druck drauf geben, je nachdem wie ich den brauche. Ja, und das Ganze geht natürlich auch sehr schön, wenn ich jetzt Bälle aufpumpen will. Dazu entnehme ich dann hier diesen Balladapter. Den mache ich dann direkt hier vorne auf das Ventil drauf. Einfach draufdrehen. So, ich stecke den jetzt hier rein. So, und kann jetzt auch hier. Ja, und so kann man schnell Bälle aufpumpen. Ja, da komme ich aber genau zu der nächsten Frage. Normalerweise hätte ich jetzt die Easy Pump, die ja auch bei uns im Sortiment schon ist, die wir ja bereits schon kennen. Die hätte ich jetzt mit dem Ball zusammengebracht in der Anwendung. Wo differenzieren wir? Ja, die Easy Pump, denke ich, kennt auch jeder. Wir haben ja hier dieses Digital-Display. Vom Prinzip macht die dasselbe wie die Universal Pump. Also sie drückt auch bis zu 10,3 Bar. Also für die gleichen Anwendungen. Der Unterschied ist, wie gesagt, zum einen das Display. Das ist hier jetzt digital. Hier haben wir so das klassische Manometer drauf. Und man kann die Universal Pump bequemer auf den Boden abstellen. Das heißt, gerade wenn ich viel Autoreifen pumpe, ist das natürlich angenehmer, bequemer. Und sie erzeugt halt durch den 18-Volt-Motor auch ein höheres Luftvolumen, also ein schnelleres. Das heißt, ich kann bis zu dreimal so schnell arbeiten, weil die hier erzeugt 30 Liter pro Minute und die Easy Pump eben 10 Liter pro Minute. Dafür ist die Easy Pump schön klein und leicht. Die hat gerade mal 430 Gramm. Also ideal, wenn man jetzt vielleicht unterwegs ist, unterwegs auch mal Fahrradreifen aufpumpen will. Die kann ich mal in den Rucksack stecken oder schnell mal einpacken oder auch mal ins Auto legen. Und die Universal Pump ist wirklich für diejenigen gedacht, die sehr viel aufpumpen zum Beispiel. Vor allem Autoreifen aufpumpen, wie schon erwähnt, vom Wohnmobil, vom Transporter, weil es einfach bequemer kann und auch schneller kann. Super. Dann hat jedes Tool sozusagen seine Begründung und seine Einsatzzwecke. Genau. Ja, danke Dino. Wie immer Experteninfos direkt aus erster Hand. Dino, lass uns kurz zusammenfassen. Wir haben ein weiteres Tool aus der 18-Volt-Familie aus dem Hause Bosch, Home & Garden. Wir haben ein sehr vielseitiges Gerät. Wir haben sehr viele Adapter für verschiedene Anwendungen, sei es Autoreifen, sei es Fahrradreifen, sei es Bälle. Wir haben einen Schlauch, um eben bequeme Anwendungen zu ermöglichen. Und wir haben eine Performance bis zu 10,3 Bar. Was ich mich jetzt frage, ich sehe hier jetzt die Verpackung. Wir haben jetzt im Lieferum keinen Akku und keinen Lader dabei. Was kann der Kunde erwarten? Ja, genau. Die meisten haben ja von uns eigentlich schon Akku und Ladegerät zu Hause oder irgendeinen Akku aus der Power for All Alliance. Das heißt also, hier ist alles mit drin, was man im Prinzip benötigt, um direkt loszulegen. Also die Pumpe natürlich. In der Klappe sind auch schon alle Adapter dabei, die ich brauche. Und in meinem bestehenden Akku zu Hause kann ich dann direkt anfangen und loslegen. Super. Vielen Dank, Dino. Also, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben zum Thema Garantie, Garantieverlängerung, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren wollen oder Ersatzteile bestellen wollen, dann besuchen Sie unsere Webpage bosch-diy.com. Und wenn Sie weitere Tutorials mit unserem Dino sehen wollen, dann gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal. Auch hier, diesen können Sie abonnieren oder, wenn Ihnen der Inhalt gefällt, einen Daumen hoch da lassen. Ja, und dann bleibt mir nur noch viel Spaß zu wünschen mit unseren Produkten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.